Raffi-Video, Dokomi. Sehr Bock, wird lustig, wird unterhaltsam. Ich hab's noch nicht gesehen. Nein. 40 knackige Minuten. Im Anschluss machen wir übrigens selber eine Main-Character-Tierliste. Mit Chat. Der Dokomi in Düsseldorf und ich hab die Anneln-Fans dort auf die Probe gestellt. 50 Hauptcharaktere, eine Tierlist und ganz viele komische Meinungen. Mega-Tonus ist dabei, ich weiß nicht. Ja, ich sag ehrlich, Deku. Ich weiß, aber reden wir nicht drüber. Er ist es nicht. Ich sag ja, er ist es nicht. Wie kann man nur als Deku auf eine Messe gehen und dann noch sagen, er ist es nicht. Das ist Lacher, 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 Lacher. Nach den Amerikanern, die in der Tierliste rausgehauen haben, kommt nun die Germany-Version. Also Freunde, los geht's. Wo kommt Naruto hin? Ich würd sagen, Naruto, für S-Tier war er nicht genug. Ich will den erst mal parken. Was? Haha, Taha, Digger, ja. Taha. So ne Maschine hält die ganze Zeit dieses Schild. Taha, Ehrenmann. Aber Naruto auf A finde ich absoluten Quatsch. Also wie? Für ein S hat's nicht gereicht. Wieso hat's für S nicht gereicht? Was? Wieso hat's denn nicht gereicht? Argumentier doch. Er, okay, okay. Er macht so, like that, like that. Alright, okay. Also was sagst du zu Naruto auf A? Frischheit. Ja, ja. Also du darfst jetzt sagen, ob du den jetzt schon changed oder einen neuen machst. Ich steh' mal den changed oder jemand. Also musst du einen neuen Kase? Natsu. Natsu ist ne Maschine in meinen Augen. Könnte auch ein A sein, aber für mich ist es ein S. Ein S! Oh mein Gott. Digger, ich würd den anders auf, ich würd den so anders auf C schmettern. Schwör' auf alles. Naruto A, Puritan S. Was passiert hier? Ehrenmann. Yami Yugi. Ah, schwer. Yami Yugi. Hm. Na, wir gucken erst mal. Ich hab das ewig nicht mal geschaut. Ja, aber wie fühlst du? Ich fühl A. Auch A. David Puritanis. Ja, safe. Der kommt safe. Also, du darfst jetzt einen ändern oder eine neue Karte nehmen. Neue Karte? Mobu. Was sagen wir zu Mobu? Okay, okay. Kann man machen. Ist clean. Kann man machen. Die müssen natürlich auch erst mal ein paar reinballern. Also, wenn er jetzt direkt, oh, ich wechsle hier, ich wechsle da. Erst mal ein paar natürlich rein. Ich bin in dem Video zu kommen, um Shinra ins SC zu stecken. Ich finde, Shinra ist so ein Main-Charakter, der so voll gewöhnlich ist irgendwie. Ich hab so gar keine richtige Meinung zu dem. Ich weiß, wie Fire Force endet. Ich hab die beiden Staffeln geguckt. Aber ich fand Shinra nie so das Aushängeschild von Fire Force. Ich fand die anderen Charaktere, also auch nicht alle, aber ein paar davon immer besser als Shinra. Ich finde, Shinra ist einfach so, keine Ahnung, einfach gewöhnlicher MC. Find den nicht kacke, aber auch nicht gut. Also, einfach mit, einfach Mittelfeld so mäßig, ja. Kennst du? Boji. Oh, da weiß es auch schon. Das, nee. Also, Boji ist cool, aber Boji ist mehr so ein Good Boy als ein krasser Main-Charakter. Boji wäre für mich so ein solides B-Tier. Höher würde ich den, glaube ich, nicht packen. Also, da muss ich gut sagen, ich hab mir was, ich hab jetzt was genommen, das könnt jetzt vielleicht, äh, einige Leute triggern, aber... Oh, aber, oh! Okay. Ah, da hat er mich reich wieder lassen. S! Oh, Mann, da kann ich, das muss S sein. Oh, S ist schon cool. Okay. Die ersten zehn Dinger oder so, die, äh, gezogen wurden, waren alle schon, äh, die haben einfach alle schon auf S gepasst. Ja, hennig, hennarte. Wo kommt der hin? Ähm, ich muss sagen, ist für mich schon ein B. Doch. Erst B? Ja, kann man machen. Eine neue Karte. Ich glaube, ich will ihn auf C packen, aber... Aber wo kommt C hin? Das kann ein bisschen tricky sein. Ah, das ist jetzt ein bisschen so ein S-P-Charakter wegen den paar Dings-Szenen, ne? Man kennt die. A-B, 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 A-B. Ich mach den hier drauf, ich mach den hier. Lelouch. Lelouch, oh, oh, das ist... Ja, dann mindestens A. A? Nein. Definitiv, Mann. Dann muss so sein, ja, mal gucken, mal gucken. Anders geht's nicht. Ich werde die ganze Fanbase damit triggern, aber Natsu muss leider aufs A-Tier runtersteigen. Für? Achso, einfach so, okay. S-Tier braucht Platz. S-Tier braucht Platz. Ja, wichtig, richtig, ja. S-Tier braucht Platz, ja. Ja, ja, das ist aber nicht jetzt, das ist ja nicht deine Team ist hier. Du kannst immer gerne, möchtest du einen neuen Charakter, äh, möchtest du etwas tauschen oder möchtest du neue Karten ziehen? Ne, ich würde tauschen. Tauschen, ja. Ja, ja, genau. Auch Homma auf S. Ja, aber dann auch B ist clean. Ja, Joseph ist okay, kann man machen. Das klebt, das klebt, das klebt, äh, geil. So, Sinan, möchtest du eine, möchtest du tauschen oder willst du neue Karten ziehen? Tausche. Okay, was tauschen? Okay. Oha. Jojo ist mit Adventure, oder? Das wollen Tisch machen. Oh, oh, das war aber eine Ansage hier. Jojo ist mit Adventure? Das war aber eine Ansage, das war aber ehrenlos ein bisschen. Digga, willst du einen tauschen oder willst du neue Karten ziehen, dann tauschen wir mal. Digga, S tier. Alles andere ist Quatsch, alles andere ist Quatsch. Digga, er ist schon so auf Antagonisten beim Uppstart. Hi. So, möchtest du, möchtest du tauschen oder neue Karten? Äh, neue Karten. Oh. Baki, Junge. Baki, hä? C, oder? Ja. Baki, C? Weißt du, was er mit dir machen würde, wenn er das sehen würde? Oh, Degi. Okay, okay, okay. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Das war krank, Degi. Dankeschön, Dankeschön. Das war echt echt krank. Takimichi, sowas von ins eigene Clowns-Nasen-Tier. Wirklich. Was für B. Film war gut, ne? Ja, film war sehr gut. B für Bastard, sag ich. Ja, Dankeschön. Okay, tauschen. Ja, würde ich aber auch machen. Jono auf jeden Fall über Shinra. Nach Folge 2 gedroppt den Scheiß. Okay, das würde ich nicht sagen. Wo kommt der hin? Ist er ein cooler Charakter, sozusagen? Meiner Meinung nach, jetzt sie. Oh, er ist ein guter Junge. Ja. Das würde aber was werden. Kann man machen. So, ich möchte wieder einen von hinten nehmen. Torfin. Oh je. Cringe. Torfin, nur A. Ja, okay, okay. Ich tausche, ich tausche. Perfekt. Also, ich muss sagen, ich bin nicht der größte Naruto-Fan, aber... Lass ihn da. Ja, ich lass ihn da. Ein Spielchen. Okay, lass ihn da. Aber ich würde... Mob tauschen. Mit? Mit Arn. Arn. Wie geil wäre das, wenn jetzt Arn kommt. Das wäre crazy. Also, naja, ich brauche gar nicht was fragen. Willst du neue Charakter oder tauschen? Wenn jetzt Arn kommt, ist gescriptet. Boah, wäre es zwar ein Content, das wäre, wenn jetzt Arn kommt. Ja. Ja, ha, ha, ha. Ähm. Nee, hab ich nicht gesehen. Okay, da muss nur noch ein Drift werden. Ja, hätte auch... Ja, jaja. Digga, F. Wissen Sie, was hier passiert ist, korrigieren oder neue Karte? Ich will was anderes korrigieren. Nein, korrigieren. Oh, ja. Oh, sorry, sorry. Ja, gut. Thorfin muss aber auch nach oben, ne? Wir haben keine Enemies. Ich kenne ihn leider nicht. Okay, dann musst du ein bisschen nach dem Gefühl machen. Aber ich würde ihm schon... Einmal den guten Anliegen. Oh, jetzt... Jetzt ganz wichtig, ob Deku über Aster kommt. Ganz wichtig. Aber eigentlich ist es klar. Mir ist es egal, weil ich finde beide nicht so dolle. Aber jetzt gespannt. Wer gewinnt? Ja, Deku ist eine gute B. Deku über Aster. Antik hat gewonnen. Ah. Ein Sieg für Antiku ist immer Schmerz in meiner Brust. Da weiß ich, dass in mir etwas gestorben ist. Rimuru auf D. Ich habe sie gerade in D reingebated. Sie wollte eigentlich eh machen. So, ich mag es mit euch mal ein bisschen anders. Komm mal beide her. Ihr seid ja immer so ein Team auf der Dokumnie. Deswegen entscheidet ihr jetzt zusammen, ob ihr eine Karte wechseln wollt oder ob ihr einen... Wollen wir wechseln? Wollen wir wechseln? Wie willst du denn wechseln wollen? Ich sage ehrlich, ich sehe eigentlich Luz schon eher auf S. Ich würde Luz auch auf S. Ja. Ja. Also gut ist man. Ja, okay. Ich würde Luz auf A. Luz auf A. Okay, mach's gut. Die sind synchronisiert, Deku. Die sind synchronisiert, Deku. Die lieben auch alle Dut. Machen die Dut. Zack, zack. Jetzt freue ich mich aber sehr. Oh, da ist er. Eigentlich S. B. Was, was? Ich heiere den Nächsten. Ja! Das ist ein guter Charakter, ne? Ja. Woher hatte ich den Aster? Oh, Digga. Ändert doch Eren. Ja. Alles einfach. Ja, ich würde mich darüber sehr gefreut. Ich meine, du warst das Geschenk. Achso, ja. Warum ändert der Eren nicht? Warum ändert der Eren nicht? Eren muss geändert werden. Aber nicht in die Richtungen, die ihr denkt. Super raus, 3-0. Komm, wir pack ihn hinter Wurchen. Hinter Wurchen. Ein C. C. Erstmal, Makima, was sagst du zu Denji? Ist das okay so? Kann man auch noch ein bisschen weiter runter, damit man besser treten kann. Oh, okay. Wolltest du einen von den Charakteren ändern oder einen neuen? Ein C. Da ist jemand komplett in seine Rolle. Ja, ja, ja. Sehr gut. Nach unten aber. Ja. Nein, nicht mit Thorfin, Digga. Warum denn mit Thorfin? Hallo? Das muss auf jeden Fall korrigiert werden. Ja, ja. Thorfin muss wieder zurück. Also, nur Jonathan ist layman. Hä, das ist ja überkrass. Kannst du das mal halten? Spoiler. Aber Digga, what the fuck? Das ist ja überkrass. Deku, oh, oh. Ja. Anteco loose. Das war wieder Ansage. Wichtig. Oha. Er packt sich jetzt, savent selber wieder nach oben. Oder wo ist David Martinez jetzt? Zeig mal was. Was kommt jetzt? Jetzt kommt das zweite Kursblock. Oh, Boji. Boji auf C. Oh, Gintu Ki. Gintu Ki auf C. Du willst den nach oben haben, richtig? Das ist richtig. Dann helf ich dir mal. Ja. Hallo. Ja. Ja. Sehr schön. So was will ich sehen. Kontroverse. Das ist schön. Das gefällt mir. Das ist sehr gut. Das gefällt mir. Das ist gut. Oh, mein Gott. Ich seh auch noch F. Ja, du kannst mir jetzt aushalten, wenn du möchtest. Okay, komm. Okay, Evan, ja. Oh, Boji, Boji, Boji. Der kleine arme Boji. Ich tu ihn noch weh, weil ich mir das noch anschauen werde. Also, ich muss sagen, Naruto ist erst hier. Naruto wieder hoch, wichtig. Oh, Mann. Wo kann man noch hin? Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid. Du, jetzt, jetzt, Digga, alle Augen auf dich, ne? Kann ich nicht runternehmen, kann ich nicht runternehmen, kann ich nicht runternehmen? Kann ich nicht runternehmen? Er fühlt. Kannst du nicht runternehmen. Mach. Ja. Guts ist zehnmal besser als Errenjäger. Ja. Ja, ja. Ja, sag's ihm. Sag's ihm, Scheiß, Raffi. Wirklich. Ja, sag's ihm, Digga. Also, Errenjäger muss wieder nach oben. Nein, nein, nein. Also, also wechselst du. Ich wechsle definitiv. Nein, ja, aber nicht mit. Der darf da nicht sein. Nicht mit hoffen. Und ich wechsle ihn gegen Goku. So. Ja, der ist mir egal. Ja, der muss wieder hoch. Er ist hier. Würde ich sagen, schon. Ja. Code Geass, tut mir leid. Nein! Nein, nicht Lelouch. Scheiße. Er muss auf einen freien Platz jetzt. Nicht Lelouch. Hä, ja, megacool. Hallo Goku, schön dich kennenzulernen. Wie geil wäre das, wenn das jetzt Goku wäre, ne? Wie geil wäre das. Aber es ist ein Kontrahent, ein größter Kontrahent. Geil. Geil, haben wir geguckt. Nice. Eiserling. Möchtest du was ändern oder eine neue? Ich will eine neue. Eine neue Karte? Das ist sein Brother in Crime. Ich fand SAO ehrlich nicht gut. Ich fand SAO ehrlich nicht gut. Ja, ja. Schau dir das an, ich schmecke das. E. Das tut weh, aber... Giorno? Einfach die Giorno's getauscht. Ja, okay. Ah, okay. Gone. Okay, okay, okay. Oh, das ist auch schwer. Ja, okay. Eigentlich will ich den nicht so tief haben, aber höher kann ich es schlecht tun. Leider. Escanone oder was? Escanone, komm her. Was zu Drago, das ist Escanone, Alter. Ey. Jetzt, ja, mach jetzt hier nix Falsches, Bruder. Ich bin hier jetzt online. Mach jetzt hier nix Falsches. Ich will jetzt hier den richtigen Platz sehen, Digga. Und ich will auch nichts Bodenloses im Chat lesen, sonst kriegt ihr alle einen Permabann, sag ich. Da kann man schon hier auf den Kinderplatz mit Angst haben. Ich dachte schon, das wird so'n Ding hier. Ich dachte, das wird so'n Ding. Kirito. Was guckst du so hoch? Was guckst du so hoch? RealFox, danke für acht Monate. Danke, danke, danke. Esser und mein Falsches, Bruder. Oh, mein Mann. Oh, was? Kirito auf... Was war das? A? Ich glaub, eher A. Oh, mein Mann. Nein. Es musste so sein. Es musste so sein. Nein. Warum denn auf A? Mediodas. Oh, dann mach ich einfach mal den hier. Ja. Ja. Einmal. Und wo kommt der hin? F. Noch, wenn man das gemacht hat? Schäm dich. Aber? Sag, wie es ist? Ja, auf jeden Fall. Goku tut ja trotzdem eigentlich über die alle. Das weißt du. Goku kommt ja noch. Der ist ja schlimm, als jeder drin ist. Ja, aber... Hab ich nicht geguckt. Okay, Spy kommt runter. Sorry, sorry. Okay. Ah, das gibt's doch nicht. Wir haben ja alle Boji am Start. Boji. Ich kann eine Sache nicht auf mir sitzen lassen. Okay, dann machen wir. Oh. Shinra ist viel zu gut. Oh, Shinra über Denji ist aber auch eine Ansage. Verspüre auch nur Liebe für Fire Force. Auf jeden Fall. Ich mag das auch sehr. Aber ich kann nicht so viel zu Shinra sagen. Vielleicht kommt das ja noch. Weiß nicht. Mein Boy, der wurde hier nicht richtig behandelt. Kriminell? Ja, ist kriminell. Deku ist ganz ehrlich. Ja, aber zu Recht aber auch. Deku, Crybaby, sage ich. Kann er sich direkt mit Takemichi in eine Zirkusmanege stellen. Mit dem Dompteur von den Löwen oder so. Wirklich. Er kennt seinen Platz. Er cosplayt und ist authentisch. Er weiß ganz genau, wovon er redet. Wichtig. Megure. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Das ist aber korrekt. Dankeschön. Dankeschön. So. Oha, alte Plätze weg. Was soll ich das machen? Ja, jetzt. Tauschen. Ich nehme ihn weg. Baki. Hör auf. Du hast recht. Nein, übertreib mal nicht. What the fuck? Also, wie sieht es aus? Möchtest du nochmal einen tauschen? Was macht Natsu da unten? Junge, er ist richtig sauer. Er ist richtig sauer. Was macht Natsu da unten? Slein, danke für 20 Monate. Vielen Dank. Danke, danke. Deku. Wie fokussiert er war. Holy shit. Natsu ist zu viel Kraft der Freundschaft, aber Wala ist trotzdem eine Eins. Er muss eigentlich nach Aden. Ah, Yugi. Ja, ja, Yugi. Nein, Yugi ist schon stramm eigentlich. Okay, okay. Klavier. Ja, ja, ja. Hm? Shinra oder Natsu? Was sagt ihr? Natsu, Shinra, 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 Shinra. Alle Shinra. Okay. Lelouch. Digga, was hat Lelouch auf D gemacht? Hallo? Oh, ich muss zu S. Er ist zurück. Er ist zurück. Ich muss sein. Der Farmer muss leider weg, also. Hä? Hä? Der Farmer? Nein, ey. F für Farmer. Ey, oh Digga. Ich kann mir auch kein One Piece Fan erzählen, Digga. Ich leg so einen fetten Haufen auf Monkey D. Ruffy. Digga, wenn er auch Torfen auf F packt. Oh, Digga. Oh, oh, okay. Ja, S, aber mit wem willst du tauschen? Oh, no! Oh, no! Statement? Äh, ich hab nichts dazu zu sagen, also ich... Äh, mein Statement dazu ist, dass er lieber weiter Blue Lock gucken soll. Also, Lelouch, das ist blasfemig. Das ist krass, ne? Das ist krass, ja. Das ist, das ist krass, ja. Digga, Digga, Torfen und Gats auf E und F. Digga, die haben zusammen mehr Tiefe als der ganze Rest. Das ist ja geisteskrank. Leid ist trotzdem S. Goku weg mit Goku. Und Eren auch weg. Goku weg. Deswegen tue ich Natsu jetzt aus. Weil Natsu... Ja. Ja, ne, der hat recht. Das weiß Maschenmaus selber. Ohne Spaß. Die beiden hier, falsch getauscht gewesen. Sag ich dir ehrlich, das lüge ich überhaupt nicht. Wirklich. Eins zu eins. Mickey Mouse Clubhouse. Er entwickelt sich nicht so viel. Ist so... Ja, ich bin... Ich hab die... Ich hab alle Staffeln gesehen. Ich find, er ist schon pretty basic. So. Aber er ist auch nicht... Er kocht. Let's him cook. Ja. Anime Deku. Außer. Ja, weg mit Deku. Ja. Tanjiro. Tanjiro basic. Aber Tanjiro auch nett. Tanjiro. Der gibt dir sogar noch dein Essen. So. Der lässt sich in deinem Bett schlafen. Tanjiro einfach nett. Deku weint sogar noch, wenn du an der Tür klingelst. Wirklich. Scheiß auf Deku. Nein. Mach jetzt nichts Falsches. Asta E. Asta E. Ja, ganz nach hinten. Geil. Ja, ja. Goku weg. Ja. Ja. Auffällig zu Recht aber auch. Eine Mission? Nein. 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 Wer ist der Originellste? Nein, nein. Das ist... Nein, nein. Nein, nein. Wirklich. Also, auch mal ein bisschen Erren-Trash-Talken finde ich ja ganz lustig. Aber, Digga. Ist mir scheißegal, Digga. Denji denkt... Ist... Wirklich. Ob du da jetzt Denji hinstellst. Oder fucking Issei aus Highschool. Dieser Typ denkt nur mit seinem Schwanz. Und weil alle Leute, die Shane zum Beispiel gucken, 16 Jahre alt sind. Und noch nie eine Frau gesehen haben. Finden die den auch alle so geil. Nein. Nein, nein. Denji ganz, ganz weit weg davon. Wirklich. Ja, originell mit seiner Schwanzspitze, maybe, vielleicht. Nein, ich fühle... Ich mag Shansoman, aber ich bin nicht so ein Fan von Denji. Ich finde, Denji ist ziemlich... Der ist gut geschrieben. Sein Charakter-Writing ist auch tiefgründig und so. Aber es ist mir too much, dieses sehr, sehr jugendlich gehaltene... Nur mit dem Schwanz denken, weißt du? Das finde ich einfach ein bisschen primitiv. Ich ändere auf jeden Fall Tanjiro gegen Asta. Auf jeden Fall. Aber, aber Asta sagt die ganze Zeit, dass er Magierkönig werden will. Sie wollen mir sagen, was man möchte. Nein. Man kann nicht Tanjiro über Asta schauen. Geht nicht. Es geht nicht. Doch, das geht. Chat, sag dem bitte, dass es geht. Sag dem bitte, dass es geht. Ja, wichtig. Hallo, nein! Ja, ja! 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 Du darfst jetzt einen von den Tauschen, oder du nimmst eine neue Karte. Was ist denn das? Ich weiß, ich weiß, ich muss los. Wer hat denn das gemacht? Ja, verstehe ich auch nicht. Ja, ich weiß so. Digga, wie los? Okay, warte, jetzt muss ich kurz... Okay, warte mal, aber ST ist auch krass. Ja, aber er muss auch... Ja! Ja! Okay, aber ich will. Kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht. Ist von Berserkam, ne? Ja! Berserkam, ja! Von Findlet Saga? Ja, richtig! Ja, okay, aber hey, Jungs! Besser, scheiße! Du kannst nichts nicht machen, du kannst nichts falsch machen. Ja, ist wirklich so. Von Code Keys, ah, ich weiß... Ah, Jungs! Äh, ich mach... Ja, bitte bringt mich nicht um, Jungs, aber es muss so sein. Nein, das geht nicht. So ist gut, okay. Das ist ein Like da, Leute, ne? Und abonniert den Kanal. Am Like! Gibt es nicht, das ist toll, ne? Gibt es später Überweisung, ne? Verbrechst. Kuss. Was geht's? Hallo! Schön, nicht Geld zu lernen, ey! Hugo! Hugo! Ich hab aber was im Kopf, das ist nicht, ne? Was ist? Wir machen gerade den Main-Character-Tierlisten, okay? Ja. Erstmal kannst du es angucken, ob das für den... Ich habe das Nagatoru-Opening im Hintergrund... Äh, bodenlos, dass ich das weiß. Stabil ist oder nicht? Ja, ja, checke, ja, ja. Aber basically, du kannst jetzt Positionen tauschen, wenn du möchtest. Okay, ja. Oder du nimmst eine neue Karte, weil es sind noch hier welche drinnen. Aber so random oder kann ich gucken? Nein, nein, random. Die erste Karte, die kommt, die nimmst du. Mega-Fogo ist dabei, weil es sich interessiert. Ja, das stimmt, Alter. Willst du deine neue? Dann gehst du den Homie. Oh, okay. Kann ich nochmal, kann ich nochmal picken? Nein, 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 nein. Ich hab nicht geguckt. Ja, dann musst du so machen. Du kannst sagen, hier, ich nehm den raus, mach den runter, wie du möchtest. Hä, aber... Okay, sagen wir jetzt, ich will da hin machen, dann muss ich den ja auch wechseln. Dann musst du den runter machen, ja. Muss ich den runter machen? Ja, weil nichts mehr frei ist. Aber kann ich den dann irgendwie so... Nein, nein, nein. Oh mein Gott, Digga. Also, ich hab mir das extra so ausgesucht, dass... Hm... Ich hab mir das, dass die Leute den Solo so hassen würden. Ja, haha. Ähm... Oh Gott, muss nicht. Hahaha. Ginterma-Fans, wieder getriggert. So lobe ich mir das. Muss nicht, hä, Influencer. Oh, Digga. Äsch. Er hat gewonnen, du da. Ja, aber trotzdem, viel, viel hat er verloren. Ja, ja. Ganz schnell nach unten. Das ist mit Kinder-Deathnot. Kinder-Deathnot. Ja, ich glaub, das ist ein guter Change. Kinder-Deathnot weg. Kinder-Deathnot. Kage, willst du eine Position tauschen oder eine neue Karte nehmen? Nein. Ich will eine neue Karte nehmen. Nimm keine neue Karte, du kennst dich doch. Du kennst sie nicht, Digga. Hey, Jan, wirklich. Ich würd niemals Ash über Conan packen. Ihr habt ne eigene. Hä? Hä? So ein Ding ist er. Wie vorbereitet bist du denn? Wegen deiner Story, Digga. Ich wusste, dass du das so gemacht hast. Ach, Digga. Hahaha. Dennis. Also, du kannst entweder als eine Karte tauschen von der Platzierung oder eine neue Karte nehmen. Baki, ja? Mit wem? Oh, Yugi. Okay, okay. Was ich jetzt machen werde, auch wenn ich gecancelt werde, es ist mir egal. Wir holen jetzt diesen Bruder hier. Ja! Und? Wir holen diesen Bruder hier. Und wir tauschen ihn jetzt erstmal. Ja, mit der Seite mal. Comedy-Character. Dieser Bruder ist einfach ein... Ich weiß nicht. Das ist einer der oberflächigsten Charaktere. Und diejenigen, die den Manga gefangen haben, die wissen, dieser Typ, der wird noch die krasseste Charaktere bekommen, die es gibt. Augen nach oben. Let's go. Augen nach oben. Ich tausch auf jeden Fall einer. Augen nach oben. Augen nach oben. Ja, tut jetzt weh für die einen oder anderen, weil hier viele Cosplayer sind. Aber ganz klar, erstmal Augen, Jungs. Was macht der hier unten? Hallo! Hä? Hä? Nicht Tanjiro, Digga. What the fuck? Was? Tanjiro? Hä? 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 Anders unterwegs, anders, anders. Statement, Jungs. Statement. Ah muss da hoch, ne? Ey, komm her, komm her. Jungs, Jungs, Jungs. Was, was habt ihr hier gemacht, Jungs? Oh, ich krieg, ich krieg Kollaps. Gintoki auf F, wer war das? Wer war Gintoki auf F? Hä? Das war Mexi, oder? Ey, Jungs, Jungs. Hat irgendwer Gintama geschaut, Bruder? Keiner. Jeder weiß Gintoki, Bruder, A- oder S-Tier, oder nicht? Das ist wirklich das einzige. Keiner hat das geguckt, aber diese kleine Gintama-Bubble richtig getriggert, wenn du irgendwas Falsches gegen Gintama sagst. Gintama, piek, piek, piek. Dinger, ich guck lieber 30 Staffeln Simpsons. Ich beschütze euch, aber Naruto tat bei. Nein! Nein! Wie guckt ihr, Bruder? Ey, es tut mir leid, Jungs. Aber ich musste Gintama machen. Nein! Bitte hier, Naruto von F raus und Boruto von A runter. Ich bitte euch. Nein! Nicht wo! Bitte, Mann! Es tut mir echt leid, aber ich kann das nicht mit ansehen. Du tauschst den einen Bruder durch den anderen aus. Das ist nicht cool, Digga. Scheiß Eren oder so. Digga, Mann. Ja! Geil. Sehr gut. Du bist schon weg? Du bist 5 Sekunden weg. Du warst 5 Sekunden weg. Wobei, was, was haben wir? Nein, nein, ich wollte zum Zeugruher. Dein Pickel schon weg. Damit ich gebrochen werde, ne? Danke. Ich wollte... immer Feinde hier, Feinde da. Leute, Torfen holen wir jetzt mal ganz kurz her. Wir haben Feinde. Möchtest du einen tauschen? Ja, tauschen. Ich weiß nicht. Ich hab ne grobe Idee und vielleicht werde ich dafür jetzt gehasst. Nur Gon kommt definitiv über irgendeinen SAO-Charakter. Ja. Ja, das stimmt. Der soll da bleiben. Hauptsache der bleibt da unten. Ach so. Tauschen oder neue Karte? Tauschen. Ja. Ja. Es ist gut. Ich überlege höher als zu machen. Aber Giorno kann ich nicht runter machen. Fühl nicht. Respekt, Respekt, Respekt. Scheiß auf Avatar. Ja. Scheiß auf Avatar. Ich kann das alles nicht mehr. Aber ich weiß nicht. Die Leute werden es verstehen. Jeder, der Chainsaw Man gelesen hat, weiß ganz genau, Denji ist für mich ein viel stärkerer Protagonist als Gon. Also wirklich, Chainsaw Man, Denji ist so ein wahrer Mann. Was sagt ihr dazu? Ja, ein wahrer Mann. Ja, das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, Digga. Aber was sagt ihr dazu? Gon gegen Denji? Naja, ich würde Gon glaube ich auch über Denji packen. Na gut, Chat ist auf Gons Seite. Baza, okay. Ist ein guter Mann, ja. Besser als dein Manier? Nein. Besser als mein Manier? Von der Nostalgie her schon, ne? Von der Nostalgie her schon. Ich werde jetzt richtig gemein sein und auf Animation gehen. Und deswegen machen wir das so. Digga. Deswegen machen wir das so. Was? Garimaru. Nein, du kannst mir das nicht auf Animation runter reduzieren. Ach man. Ist das gemein, Digga. Ich habe Hell's Paradise gelesen. Oh, okay. In 13 Bänden. In 13 Bänden. Er ist ein sehr, sehr komplexer Charakter. Er ist der Goat. Er ist der Goat. Er ist der Goat. Er ist der Goat. Also, ab jetzt nur noch Änderungen. Aber die Frage ist jetzt, wer kommt auf jeden Fall ganz nach oben? Absolut der Favorite, aber... Ja, danke. Hauptsache der ist wieder ganz oben. Mob auf jeden Fall critically underrated. Ja, safe. Und Tanjiro critically overrated. Hab mich schon die ganze Zeit aufgeregt. Jonathan. Was? Leid. Ich guck gerade Black Clover zur Zeit. Es ist heftig. Aber ich fühl Astro noch. Digga, was? Äh? Und den Film hab ich noch nicht gesehen. Er sagt, er schaut Black Clover und macht Black Clover F, M, E. Was die ganze Zeit im Kopf eingeht. Ja, richtig, hä? Ja, ey, ich fühl dich so. Hey! Mein Persönlich nach verdient es R. Ja, R und E. Bin ich ganz ehrlich persönlich? E für R. Aber... Ich feier den Dudelsack, Bruder. Nein, nein. Nicht der Dudelsack. S. O. Natsu über Ichigo. Was sagen wir dazu? Natsu über Ichigo? Weh, I guess. Eine Sache die ganze Zeit schon. Nein. 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 Ach, Digga. Mein Boy Meliodas, Digga. Lass ihn doch. Wirklich. Scheiß Denji, Digga. Der irgendwelchen Hunden am Arsch rum schnüffelt, Digga. Ist das bodenlos. Der Hund. Gehört eigentlich hinter dieser Tafel. Aber... Ja. So. Ja, danke. Du hast es nicht durchgezogen, aber es gibt nur einen, der ein bisschen weiter nach oben muss. Dann nehme ich einfach mal... Mob gegen... Conan. Ich weiß, ich krieg dafür bestimmt Hate, aber... Nein. Aber er hat doch einen Naruto-Cosplay an. Aber hä? Aber warum? Das kann er doch nicht machen. Das kann er doch nicht... Das Light of B ist einfach nur kriminell. Aber... Dass Gon da nach oben getan wurde, um Naruto zu tauschen. Bro, es kann nicht sein, dass Gon da oben ist. Ehrlich gesagt. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Jemand muss es wieder hochsetzen, aber Ash muss hoch. Ash? Ash? Ash hat 30 Mal die Liga verloren, um einmal zu gewinnen. Nach 25 Jahren. Verstehe ich nicht. Alles geplant, oder? Alles geplant, Bruder. Alles geplant. Aber fang. Weißt du was? Ich hab den quasi schon erschaffen. Verstehst du? Irgendwie... Konkurrent und so. Der muss einfach... Tut mir leid, Leute. Nein! Ja! Danke euch! Geil! Eigentlich weiß ich schon, was ich mache. Er wird... Er wird... Er wird es machen. Ja! 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 Von 1 bis 10. Wie findet ihr die Liste am Ende? Von der Dokomi Community? Könnte eine Antikliste sein. Und jetzt gehen wir selber rein in die gleiche Tierlist, die mir Raffi sogar zur Verfügung gestellt hat. Mit den gleichen Bildern packe ich schon mal alle rein, wo ich keine Meinung zu habe. Baki habe ich nicht geguckt. Gintama habe ich nicht geguckt. Ippo habe ich nicht geguckt. Nicht geguckt. Nicht geguckt. Nicht geguckt. Okay. Mach mal alles, wie bei Raffi auch mit der begrenzten Anzahl von 7. Okay, dann... Dann merken wir uns einfach... 7. Ich glaube, wir fangen mit den einfachsten an. Und zwar mit dem S-Tier. Guts. Thorfin. Lelouch. Edward. Light. Naruto. Ja, stimmt. Gar nicht dran gedacht. Ash. Ash. So ein F-Tier. Ash, wirklich. Scheiß auf Ash. Ich muss die Reihen ja füllen. Ich muss die Reihen ja füllen. Das heißt, Kirito weg. Wer sind denn solche Charaktere, die ich so ein bisschen quatschig finde? Zubasa. Weiß ich nicht. Habe ich keine wirkliche Meinung zu. Ist einfach so ein bisschen so ein Nostalgie-Ding, ne? Ah, Takemichi. Ah, ich bin so lost. Takemichi direkt rein. Ich finde Denji schon maßlos overrated. Aber, äh, F-Tier finde ich auch nicht. Er, er, man denkt sich ja schon einen gewissen Teil dabei. Das kommt ja nicht von irgendwo her. So, ne? Das hat ja schon einen gewissen Grund, warum er so ist. Alle Jojo-Charaktere. Ihhh. Nein, nein. Das ist Quatsch. Ich, ich pack Jonathan auch rein. Ich finde den auch pretty lame. So. Habe ich einen vergessen? Jono auch. Die finde ich ungefähr alle gleich gut. Kann natürlich nur 7 reinpacken. Ist natürlich ein bisschen so tricky. Ich muss natürlich auch erstmal gucken. Wir können ja auch noch wechseln. Aber ich würde Asta und Deku nicht auf eine Stufe mit Takemichi stellen. Takemichi ist nochmal die ehrenlosere Version davon. Also zumindest von Deku. Deswegen packe ich Deku und Asta beide auf E. Okay. Shinra würde ich in die Mitte packen. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Mob ist cool. Mob würde ich solide B packen. Deku noch weiter runter. Was ist eure Meinung zu Gabimaru? Ich fand Gabimaru auch überhaupt nicht interessant. Also am Anfang ja, aber ich mochte auch Highs Paradise nicht so sehr. Aber gut, ich bin kein Manga-Leser. Deswegen, das kann ich schlecht beurteilen. Wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Ich werde Gabimaru auf D packen und Denji auch. Weil ihr den Vergleich gebracht habt. Selber schuld. Lass das Horny von Denji und geh mit seiner Tiefe rein. Seine Tiefe ist sein Horny sein. Torfin mit Ash tauschen. Timeout. Ich kann Natsu und Denji nicht auf eine Dings machen. Ich kann Natsu und Denji nicht auf eine Dings machen. Ich muss Denji höher machen. Ich packe ihn trotzdem auf C. Und damit haben wir sieben erreicht. Ich darf keinen mehr auf C packen. Außer ich tausche. Wir müssen erstmal einsetzen. Und dann reden wir. Arng ist nicht mal... Avatar ist nicht mal ein Anime. Raus. Tanjiro. Oh ne, ich find Soma schon cooler als Subaru. Was ist denn mit Rimuru? Hallo? A? Ich hab erste Staffel nur geguckt. Zwölf Folgen oder so. Ich darf ja nicht mehr in C packen, ne? Ich packe ihn ins Beet hier. Wir haben noch gar kein A. A. Ja, ja, genau. Boruto A. Natürlich. Darf man nicht vergessen. Ganz schnell überspringen. Kommen wir zu Rudeus. Rudeus. Ich packe auf B. Ja, ne, scheiß drauf. Saitama D. Sag ich. Kinder-Deathnot. Nein, wir sind hier nicht bei One Piece Theoretiker. Conan eigentlich richtig hart am Carrying. Außer er steckt in den Fillerfolgen drin. B. Ja, Eren kann man schon ins A packen. David Martinez auch. Und Yuji auch. So. Jetzt kommen wir zu den beiden. Auf... Hab ich jetzt gar keinen Bock drauf, wirklich. Hab da gar keinen Bock drauf. Kenkaneki machen wir auf S. Senku machen wir auf A. A. B. D. B. Ja. Jetzt geht's ans Wechseln. Schreibt rein, wer gewechselt wird. Wer mit wem. Und ich sage dann ja oder nein. Ihr müsst mir den Take reinschreiben. Wer mit wem gewechselt wird. Und ich mach dann oder ich mach dann nicht. A few moments later. Die Zeit ist um. Die Zeit ist um. A few moments later. A few moments later. Ich mache das nicht in den nächsten Jahren. A few moments later. dieser Community-Liste geben. Ey, eine 7, Digga. Immerhin besser als Dokomi-Liste. Eigentlich auch die bessere Idee, ne? Einfach es so zu machen, wie Raffi das auf der Dokomi gemacht hat. Gar nicht selber sich ins Kreuzfeuer stellen und eine Tierliste machen, sondern einfach den Chat regeln lassen und dann die Liste posten und dann gar nicht die Kritik in Anführungsstrichen dafür ernten, sondern es einfach auf andere abfälzen. Stabil, ja. Das hat aber sehr Spaß gemacht. Das können wir gerne wieder mal machen. Natürlich sollte man das Ganze nicht allzu ernst nehmen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, ich wünsche euch was. Tschö mit Öl, bis dann.